Herzlich Willkommen zu Part 4 der Escape Map und wir sind wieder hier unten in im Keller. The Cars might save me. Da ist eins. Ich renne. Alter hier ist irgendwas. Alter! Alter man weiß das Ding kommt wenn man erschreckt ist. Alter wo ist es? Da muss ich lang. Oh mein Gott, Alter! Ey, warum komme ich gleich hier an das Auto? Übrigens ist kein Sponsoring für den Gaming-Kanal, oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter! Dieses Kackvieh ey! Alter, bin ich mir einfach nur mal nicht... Nein! Ähm, hier liegen Autos. Auto, Auto, ich brauche ein Auto! Schnell! Ey, ich komme da nicht runter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott, Leute! Da vorne ist Ausgang. Alter! Alter! Wieso komme ich da nicht raus? Was ist das? Also ich weiß nicht, wo ich lang laufen muss. Ich muss jetzt hier außen lang. Ne. Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott. Warte wo ist der Exit? Wo ist der Exit? Ey, ich gehe lieber runter, pass auf das Auto! Alter, woher kam das Ding? Warum riechst du nicht, du Kackerschloch, Alter? Oh mein Gott, ey. Alter, was ist das? Alter, da vorne steht das Ding einfach. Alter, echt, real talk, 122er Puls, echt. Nächste Auto ist da vorne. Wer nach da? Alter! Oh mein Gott, wie soll man das schaffen? Alter, wo, 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 wo. Oh mein Gott, Alter, ich geh gleich in Creative, fliege über dieses Arschloch hinweg und cheaten mich, ey. Ich sehe es. Oh mein Gott, ey. Das ist direkt vom Auto. Direkt vom Auto. Wo ist das? Ey, scheiße, wo ist das? Das nächste Auto. Also die nächste Tür, komme ich da raus? Oh mein Gott, Alter! Alter, wo ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt darf ich sagen, Größer gehen an dieser Stelle mal raus an Oh mein Gott Gaming. Wer sich genauso bei Horrorspielen enthält. Oh mein Gott, hab ich rausgechappt. Alter! Du hast null Ahnung, woher dieses scheiß Objekt kommt. Scheiß Objekt vor allem, natürlich. Scheiße, ich schaffe ein bisschen Auto, schaffe ich ein bisschen Auto. Oh mein Gott, wo ist das? Alter, ich spiele das in so in über 10 Minuten. Hier in dem Ding drin, ne? Ey, Leute, Mannschaften. Scheiße. Ich höre ihn. Okay, ich glaube, ich muss echt zu diesem Exit. Oh mein Gott, ich höre es, 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 bitte. Oh mein Gott, Alter! 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 Meine Frösse! Ey, dieses Level, das ist doch so... Oh mein Gott, ich sehe es, es ist, es ist, es ist, es ist, es war da hinten dran. Alter, warum sneek ich? Billig behindert, ey. Ich sehe es und renne drauf, Alter. Was ist das? Eigentlich wollte ich ja Uncut machen, aber wenn es halt so weitergeht, dann... Ich kann ja was mit diesem Kisslecht machen. Oh mein Gott! Alter! Ey, Leute, ich muss echt mal ganz kurz die Aufnahmen pausieren und mal in den Browser gucken, wie man es schaffen soll. Oder? Und zwar... Brauche ich mal... Alter, ich brauche eine Kiste. Oh mein Gott, ey! Ich will doch nur mal kurz was ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Rose ging gerade an dieser Stelle mal raus an Tom Schaffel, der mir es jetzt gezeigt hat, wie man diese Kisten verschieben kann. Lass mich entfrieden! Na, es gibt hier irgendwie gerade keine passende Kiste. Oh mein Gott, Alter. Also muss ich langsam hier nach vorne hangeln. Oh mein Gott, ey! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch verfickte... Oh mein Gott, Alter, lass mich in Frieden. Alter, da vorne ist es. Ey, die Map ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Ich hab die Orientierung verloren, scheiße. Die 5 Kilometer Range, ey! Oh, man hört keine Schritte. Gut. Ich hab die Orientierung verloren, scheiße. 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 Hier vorne das Auto. So kann man die Dinger verschieben. Okay. Dann muss ich mich neben der Kiste stellen. Und dann sneaken. Ey, shit. Ey, shit. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich denn geben soll. Ja, scheiße, ich hab's dir verbaut. Komm her, bitte. Ah, ich muss die Kiste nach da drüben verschieben. Und zwar muss diese Kiste nach da Hey, das ist doch nicht wahr. Leck mich doch am Arsch. Kommt ich hinten durch? Ne, war ja klar. Ja, komm. Oh, würde ich sagen. Ey, okay, ich guck nochmal jetzt nach. Okay, gut. Ich hab die Lösung gefunden. Und zwar ist es echt, quasi wirklich, ich muss mich nur beeilen. Und zwar diese Kiste nach dort verschieben. Dann kann ich diese Kiste da nach dort verschieben. Diese Kiste nach da, nach da, nach da. Und oh mein Gott. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Aber ich würd sagen, wir haben eine Folge Folgenlänge geschaffen. Ich würd sagen, das Ende vermutlich von der Map oder keine Ahnung, ob es noch mehr Parts gibt. Ich vermute mal das Ende. Aber dass ich dann bei Tom Schaffler ist nächstes Video auch das Finale. Das ist ja das Ende. Und ja. Also, nochmal zum Abschluss gerne die Glocke, ein Abo und ein Like. Gut, das war jetzt komplett falsch, aber egal. Und ich würd sagen, machen wir im nächsten Video weiter. Ciao. Leute.